Die üblichen Manöver, Milady? Gut gemacht. Zurück verwandeln. Okay, bis zum nächsten Mal, Milady. Warte. Ich bin jetzt soweit. Zurück verwandeln. Bitte sag etwas. Da du jetzt weißt, dass ich es bin, magst du mich sicher nicht mehr. Doch, ich habe nur gerade herausgefunden, dass eine meiner engsten Freundinnen die Person ist, die ich liebe und bewundere. Komm, schöne Katze, und schmiege dich an mein Herz. Halt zurück, deine Kralle. Lass den Blick in dein Auge tauchen, nicht? In dein Auge von Ahat und Methalle. Ich kann's nicht erwarten, dass wir uns sehen. Ich auch nicht. Dann bis morgen im Kino. Legst du auf? Nein, du legst auf. Träum schön, Milady. Ich bin jetzt. Garst du auf. Du das am ersten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020